Ey, ohne Witz aber jetzt mal ganz kurz, also jetzt, also jetzt, das geht jetzt nicht in die Aufnahme, aber, äh, hä, kann es sein, dass du ernsthaft irgendwie was drin hast oder so? Nein! So, du bist jetzt gebannt. Hä, ja, du hattest doch grad Anti-Knockback und alles. Ich hatte keinen Anti-Knockback. Ich hatte das sogar auf Au- Na klar! Ja, okay, wenn du meinst. Hä, ja, ich hab doch alles auf Aufnahme! Peace, Freunde! Was geht? Ich bin mein Reapers und ich grüße euch zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute, Leute, hab ich mal wieder was Cooles dabei. Heute gibt es eine weitere Folge von YouTuber-Business. Zuschauer, Leute, aber keine normale Folge, denn heute hab ich erstmal ein Mädchen dabei, ja, die Sarah. Und ich werde sie gleich sowas von pranken, Leute. Ich hab mir wieder was Gutes überlegt, denn wir werden jetzt gleich, äh, um einen Rang spielen und ich werd einfach sagen, dass sie hackt und werde sie dann im Verlauf, natürlich, wenn ich verliere, bannen. Leute. Mal schauen, wie sie reagiert. Ich bin gespannt. Selbstverständlich folgt mir auf meinen Social Medias, Leute. Ich poste momentan viel auf Instagram. Instagram bei Reapers gerne mal auschecken, Leute. Da, äh, mach ich Gewinnspiele und alles Mögliche. Einfach mal folgen generell auf meinen Social Medias. Checkt mein Merchandise in der Infocard oder Beschreibung aus. Und ich begrüße jetzt erstmal die Sarah. Hallo! Hallo! Hi! So, und zwar werden wir jetzt in eine Runde gehen. Also du kennst das Ganze sowieso, oder? Also du weißt, wie es abläuft, ne? Ja, klar. Okay, also wir machen jetzt eins gegen eins. Ich weiß nicht, bist du gut in Bad Wars? Das würdest du schon sagen, oder? Nein. Nicht? Okay, egal. Wir kriegen wir hin. Nein. Pass auf, wir spielen um einen Monat Himbeere. Ja, das möchte ich dir mal gesagt haben. Einen Monat kannst du den kriegen, den Rang. Und das Ganze natürlich auch wie do, Piaster, weil, liebe Leute. Ich würde sagen, wir starten. Let's go! So, Leute, jetzt in der Runde mit der Sarah. Und, ähm, ja. Also wir spielen modern. Ich möchte nochmal sagen, ganz kurz, ne? Also, dass du Bescheid weißt, so. Ja, ja. Okay, sehr gut. So, erstmal hochbauen hier. Ganz gechillt, ganz lässig. Oh mein Gott, ich habe so lange kein Minecraft-Spiel mehr gespielt. Das musst du wissen, ja? Also ich bin richtig schlecht. Du hast wirklich eine Chance heute. Nur, dass du Bescheid weißt. Liebe Sarah. Ja. Was machst du so in deiner Freizeit? Ich spiele da Fußball. Fußball spielst du echt? Ja. Professionell, also richtig so in so einer Mannschaft, so? Ja. Okay, also Bundesliga. Genau. Ja, wirklich, jetzt? Wieso hatte ich ja schon mal? Ich hatte auch schon mal ein Mädchen, das hat auch in der Bundesliga hier gespielt. Habe ich schon mal gehabt. Natürlich nicht. Habe ich? Alter. Oh mein Gott, ich bin runtergefallen. Kann es sein, dass du irgendwie hackst oder so? Genau. Hä, nein, du baust dich irgendwie so rüber. Also ich weiß, es sieht irgendwie so ganz, also ich weiß nicht, so schnell. Hä, kann es sein, dass du hackst? Das habe ich nicht nötig. Sicher? Hä, könnte. Ohne Scheiß, du hackst. Hä, du hackst doch, oder? Also wenn Labymod hacks sind, dann weiß ich auch. Okay, ja gut, wenn du Labymod hast, dann kann das ja eigentlich gar nicht sein. Du kommst jetzt schon zu mir, oder was? Naja, sieht nicht so aus. Okay. Ich muss also Angst haben. Ich denke mal schon, oder? Es geht, hallo. Oh Gott. Ach nee, bitte nicht. Komm jetzt, los. Jetzt los, jetzt komm runter da. Von deinem hohen Ross. Hä, aber auch diese... Diese Range gerade, ne? Die ist nicht normal. Guck mal, Alter. Ohne Scheiß die Range. Das ist niemals normal. Holy shit. Wahrscheinlich. Ja, hä, das war nur sechs Blöcke Range oder so. Wirklich jetzt. Ja. Okay, so, ich komm jetzt zu dir, ne? Ist das okay? Ja, ja. Okay, alles klärchen. So, also du bist, ähm... Du spielst Fußball, machst du sonst noch irgendwas? Nee. Nichts. Keine Zeit. Gar nicht? Keine Zeit, wie sowas zur Schule oder was noch nebenbei? Ja. Okay, und schreibst viele Arbeiten. Jetzt muss ich auf meine Prüfungen konzentrieren. Auf die Prüfungen. Fall mal. Wollen wir einen Bettentausch jetzt machen, oder wie? Meiner Ding. Echt? Okay. Also dein Bett hab ich, ne? Das weißt du. Holy shit. Nein. Hinter dir. Pass auf. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Guck mal, stell hinter dich. Jawohl. Alter, du hackst doch. Boah, du hast gehackt. Ich hab kein Schwerter. Alter. Holy shit. Okay, pass auf. Willst du? Ja, ich hab richtig gehackt. Pass auf. Ich geb dir noch eine zweite Chance, okay? Bist du einverstanden, oder nicht? Okay. Zweite Chance, okay? Ja. Okay. Ey, ohne willst du aber jetzt mal ganz kurz, also jetzt, also jetzt, das geht jetzt nicht in die Aufnahme, aber, äh, hä, kann das sein, dass du ernsthaft irgendwie was drin hast oder so? Nein. Hä, aber, das war ehrlich grad nicht mehr normal. Ich hab noch nie mit Hacks gespielt, ja? Ich weiß nicht mal, wo, welche Hacklines am besten sind, also von daher. Okay. Ja, keine Ahnung, ich kam hier nur so rüber. Weißt du? Ich hab persönlich was gegen Hacker, warum sollte ich selbst hacken? Das ist... Weiß ich nicht. Dumm. So, leider, jetzt in der zweiten Runde. Ja, also, also, ich, ich hab's halt nur, sah halt nur so aus, weißt du, deswegen dachte ich. Ja. Okay, ja. Also, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, ähm, ob du hackst oder so, aber ich denk mal nicht, ne? Ich denke auch nicht. Also, keine Ahnung, kann ja immer sein. Okay. Okay, wie lange spielst du schon Minecraft? Seit zwei Jahren. Echt? Schon so lange? Zwei Jahre ist lang. Nein. Doch, na klar, ich hatte schon Leute, ich hab das erst zwei Monate gespielt, war trotzdem gut. Wie manche schon mit neun angefangen haben. Okay, mit neun? Ich hab aber auch schon richtig früh gespielt. Musst du wissen, das wollte ich dir noch sagen. Ich hab mit vier, mit dreizehn oder vierzehn angefangen. Echt? Nein, oder? Doch. Okay. Gott, ich muss Snap. Hä, die ist doch klein. Nein, ist die nicht. Doch, ich find die klein. Alter, du hackst. Ja. Hä? Jetzt hab ich auch gebaut, oder? Ja, nein. Ich hab dich... Hä? Du warst doch grad... Hä? Ich dachte grad, du bist neben mir. Das war, glaub ich, ein Bug. Du hast grad Speed drin gehabt. Ich hab's gesehen. Hä? Hä? Du bist geflogen. Du bist runtergebackt. Hä? Hä? Du bist grad geflogen. Ohne Scheiß? Dein Ernst? Alter! Hä? Wie du hackst? Hä? Du hackst richtig... Hä? Nein, aber du hackst wirklich. Komm. Jetzt mal ganz kurz gib's mal zu. Nein! Ich schwöre, ich hack nicht. Na klar, hackst. Du was benutzt? Hotsuni, oder was? Hä? Na klar. Genau. Weiß nicht mehr, was das ist, aber okay. Ach. Hm. Diese Ausreden. Hä? Hä? Jetzt klar weißt du was. Du benutzt es doch. Genau. Das bezweifle ich jetzt. Hä? Aber warum hackst du? Ich wollte doch mit dir ganz normal YouTuber das Zuschauer aufnehmen jetzt. Oh Gott. Hä? Wieso fliegst du denn immer? Ja, weiß ich auch nicht. Tut mir leid. Hä? Alter, da kannst du mich gar nicht treffen. Hä? Alter, wie du hackst! Hä? Nee, ernsthaft, das ist nicht lustig. Ja, komm. Kannst du das bitte lassen? Hä? Du hast mich... Hä? Dein Ernst? Du hast mich gerade einfach runterbacken lassen. Genau. Hä? Ja, na klar. Wenn du das sagst. Ey, ohne Scheiß, ne? Ich wollte ein ganz normales Video aufnehmen. Du zerstörst gerade das ganze Video. Das ist mein Ernst jetzt. Noch da? Ja. Alter, guck dir hier, guck mal, ich kann dich nicht hitten. Hier, ich kann nicht... Alter. Hä? Wie du reinhackst. Alter. Ha? Guck mal, ich kann dich nicht hitten. Hier, ich kann... Oh, Mann. Wie du rein... Du hast Kill-Aura an. Ja, genau. Ja, na klar. Ich bin da so ein alter Knacker, der Schimpfetzehre drin hat, weißt du? Ja, nein, das nicht. Aber du hast wirklich Hacks drin. Okay, so, jetzt hast du wahrscheinlich extrem viele Ressourcen, wahrscheinlich, denke ich mal. War das nicht so schlimm? Ich hab die ganze Zeit in der Mitte gewartet. Ach so. Okay. Ohne Scheiß, ne? Aber ich hab echt das Gefühl, dass du reinhackst. Also, um nochmal da auf das Thema zurückzukommen. Ich kann dir das versprechen, dass es nicht so ist. Du kannst mir das versprechen? Ja. Okay. Ähm. Ja, ich weiß halt nicht, ne? Hä? Als ob man da rein... Hä? Ich sag doch, du Hacks! Ohne Scheiß! Ich sag, guck mal. Ist ja nicht so, dass da ein Loch auf dem Fenster ist. Ja, ein Loch. Wahrscheinlich Loch, oder? Guck mal, das hast du da reingemacht. Ja, das hast du da reingemacht. Genau. Hä? Ohne Scheiß. Warum hackt man bei YouTuber vs. Zuschauer, Alter? Hä? Jetzt mal ernsthaft. Weil ich noch Zeit dazu hatte, oder? Hä? Ja, na klar. Wieso hackst du bei YouTuber vs. Zuschauer? Andere würden sich freuen, wenn die gegen mich spielen können. Hä? Ja, ja. Hä, wie? Ja, ja. Alter, wie du Glück! Hier Anti-Knockback des Todes! Du hast so Anti-Knockback, ne? Ohne Scheiß. Das ist nicht mehr normal. Ich hab auch direkt das Internet. Hä? Ich hab auch direkt das Internet. Ach so. Ich hab direkt das PC bzw. Laptop. Los, spring! Du bist eh Anti-Knockback. Ich kann dich eh nicht holen. Wie du Anti-Knockback hast, Alter. Ich geb dir so ne Hit, du hast so Anti-Knockback, ne? Ohne Scheiß. So unnormal, Alter, wie du reinhackst. Ey, es ist, ne. Ich kann's dir noch versprechen. So, du bist jetzt gebannt. Okay. Also, das akzeptierst du jetzt. Ja, wenn du meinst. Hä, ja, wenn du hackst. Genau. Hä, ja, du hattest doch grad Anti-Knockback und alles. Ich hatte kein Anti-Knockback. Ich hatte das sogar auf Auf... Na klar. Ja, okay, wenn du meinst. Hä, ja, ich hab doch alles auf Aufnahme. Gebackt wurde. Hä, du wurdest nicht zurückgebackt. Das sind faule Ausreden wieder. Ja, okay, wenn du meinst. Hä, ja, ist doch so. Hä, oder siehst du das jetzt anders? Ich sehe es anders, weil es so ist. Hä, nein. Du hast... Ich schlag dich mit dem Schwert, du fällst nicht. Hacks. Warum hackst du in Minecraft? Ich muss auch hacken, weil ich überhaupt nicht mehr spiele, ne, oder? Hä, wieso? Na klar, du hast es doch gerade auch gespielt. Ja, gerade. Ja. Ja. Ja, und warum hackst du dann? Wahrscheinlich mache ich die Hacks extra an, um gegen dich zu spielen, weil du in den Channel kommst und sagst. Ja. Oder fragst, ob wir gegen einen spielen können. Wahrscheinlich. Ja. Weil es ja dann auf Video ist. So dumm bin ich auch nicht. Weil was? Weil es auf Video ist. So dumm bin ich auch nicht. Ja. Keine Ahnung, weiß ich ja nicht. Aber das war ein ganz klarer Hacks. Ja. Ja. Du meinst. Hey, aber was soll das denn? Sarah. Sarah. Ich sag jetzt so jetzt nichts mehr. Ja, alles klar. Sarah. Was denn? Du wurdest geprankt. Das war mir klar. Du wurdest so halt geprankt. Das war... Du hast nicht gehackt. Ich weiß das. Ja, ich weiß. So, du wirst natürlich jetzt auch noch... Ja, du wirst natürlich jetzt halt bannen und kriegst deinen Rang. Äh, so Sarah. Du wirst... Du kannst jetzt wieder drauf, normalerweise. Ähm... Ja, ich probier's aus. Okay. Also, ähm... Ja, du wurdest... Also, du hackst natürlich nicht. Das war ja einfach nur... Ich wollte dich einfach nur ein bisschen provozieren und so. Ist das okay für dich? Ja. Okay, sehr gut. Zum Glück habe ich mich so nicht provozieren lassen, wie sonst immer. Sonst wäre ich disconnected. Ah... Wie dumm das wieder ist. Ja, okay. Du hast auf jeden Fall den Rang jetzt. Ja. Dankeschön. Okay. Leute, vielen, 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 vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Video mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann prescht den Like-Button, Leute. Tut mir leid nochmal an dich, Sarah, dass du hier so ein bisschen verarschwohnest. Aber das war mir irgendwie so mittlerweile Standard, okay? Ähm... Ja, Leute. Checkt mein Merchandise aus. Folgt mir auf meinen Social Medias, Instagram, Snapchat und so weiter und so fort. Vielen Dank an Sarah fürs Mitmachen. Ähm... Ja, wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Haut rein. Bis dann. GmbH! Tschau!